Dürfen die Kinder und die Rentner auch die Produkte nehmen? Aber natürlich dürfen die das nehmen. Ich meine, erst mal die Kinder, hallo, die sind in Wachstum. Die wachsen mega und gerade dann entstehen sehr viele Abfallprozesse von dem Wachstum und, und, und. Gerade die brauchen ionisiertes Wasser, damit das alles glatt läuft, ja. Und gerade wenn ihre Knochen wachsen, Organe wachsen, die brauchen sehr viel von der Zellnahrung. Und deswegen, als unsere Kinder, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt im Sommer fünf und drei, als Kleine geboren war, kannten ja schon Korallklopper und dann haben ja vom ersten Tag an angefangen, ihr Wasser zu geben. Später haben Kinder selber bei mir Spirulina-Kapsel entdeckt und haben angefangen, wie Bonbons zu essen. Also wenn Kinder nach Bonbons verlangen, gibt es bei mir Spirulina. Weil ich weiß, was kann ich meinen Kindern noch Besseres tun? Dann zum Beispiel die ganze Protein-Shakes kann man den Kindern geben. Meine Kinder lieben das. Oder unser Rohkostriegel, das lieben die. Das ist die beste Süßigkeiten für die. Also für Kinder, sage ich, wenn du das Kinder vor einhältst und selber isst, dann bist du selber, äh, Piep. So, und Rentner, ich meine, welcher Rentner, ist Rentner jetzt kein Mensch? Oder möchte Rentner gerade nicht, äh, wo vielleicht über die Jahre Körper so viel abgegeben hat, gerade dann aufgebaut zu sein? Also, ich glaube schon. Wir sollen an unsere Eltern, an unsere Rentner auf jeden Fall denken, denn die verdienen es, einfach ein gutes, gesundes Leben zu führen und mental und auch körperlich auch fit zu sein. Gerade dann, perfekt. Auch Entgiftung bei denen, gerade bei den Menschen, die über die Jahre nie was gemacht haben, nie Darm gereinigt haben, gerade die auch. Also, ich sehe da null Einschränkung. Nur, vielleicht bei den Kindern muss man natürlich auf die Dosis achten. Wenn du weißt, bei Erwachsenen kann man schon zwei, drei Kapseln von etwas, zum Beispiel am Tag nehmen, da musst du überlegen, Kind ist nur ein Fünftel von dir. Da musst du natürlich die Dosen drast reduzieren. Und beim Rentner können wir sogar ein paar Kapseln mehr davon geben, weil ihr, ihres Körper einfach mehr verlangt nach guten Nährstoffen.